so servus im letzten video haben wir uns die generelle idee zu merge sort ein divide and conquer algorithmus angeschaut ich denke in diesem video ist es zeit butter bei die feature zu geben und tatsächlich den ersten teil des codes zu merge sort zu schreiben okay und genau das werden wir machen wir werden jetzt also den größten teil des videos hier gleich in sublime text verbringen im letzten video haben wir gar nicht aktiviert jetzt werden wir den größten teil dort verbringen wir werden eigentlich nur auf diese eine slide auf die slide 7 hier schauen und dann sofort rüber schalten in unser editieren des files merge sort.c0 okay wenn ihr den code dieses files irgendwie mitverfolgen wollt wie er sich denn tatsächlich entwickelt und wir dann wie komplett zu merge geworden ist dann guckt euch dieses video an video 26 guckt euch das nächste video an video 27 dort werden die beiden funktionen die merge sort ausmachen nämlich die merge sort funktion selber die die wir schon angedeutet haben und dann die mischfunktion die merge funktion die wir in dem conquer schritt benutzen werden die werden wir in den jeweiligen videos entwickeln wenn ihr die beiden zusammen stückelt und dann auch das file merge sort c0 eben nebenbei euch anschaut müsst ihr eigentlich die ganze wahrheit an der stelle wie sehen können lassen doch mal ganz kurz hier auf die signatur und auch auf die pre und post conditions von merge sort schauen und sicherstellen dass wir an der stelle keine überraschung irgendwie vor uns haben also das ist die merge sort routine die werden wir von außen aufrufen das wird eine routine sein die tatsächlich in situ operiert und die elemente des arrays xs wie in ihren index positionen tauschen wird darum wird hier an der stelle tatsächlich kein sortiertes array zurückgegeben xs selber wird die sortierung der elemente beinhalten hier ist das entsprechende array xs von dem wir gerade geredet haben unser fokus bei diesem sortier aufruf wird zwischen den index grenzen lower und upper minus eins liegen und genau die haben wir hier an der stelle übergeben bekommen lower und upper minus eins hat schneiden ein teil array aus dem gesamten array xs aus dort liegt zurzeit unser fokus was aber klar sein muss ist dass sowohl lower und upper gültige array index grenzen innerhalb von xs irgendwie ausmachen müssen ja das muss ein gültiger fokus sein dem uns tatsächlich als teil array von xs irgendwie greifen können darum hier die erste die ersten preconditions die wir aufgestellt haben lower und upper dürfen nicht irgendwie beliebig sein sondern sie müssen tatsächlich echte gültige index grenzen sein lower muss zum beispiel größer gleich als 0 sein lower und upper müssen in dieser beziehung stehen lower und upper könnten vielleicht gleich sein dann ist das entsprechende teilproblem das zu lösen ist leer auf jeden fall darf upper nicht kleiner als lower sein und das wäre ein ungültiges teilproblem ungültiger fokus in xs dem uns gegeben haben und upper darf natürlich nicht die länge von xs an der stelle irgendwie überschreiten upper kann direkt ein element hinter den letzten index hinter die letzte index position n minus eins wie wir sie genannt haben irgendwie zeigen aber auf gar keinen fall weiter also damit sind lower und upper gültige index grenzen die einen fokus ein teil array innerhalb von xs irgendwie ausmachen das war unsere einzigen preconditions die wir an der stelle haben und dann wird märz sollte eine arbeit tun und wenn märz seine arbeit getan hat können wir die post condition zu sichern und die post condition an der stelle sagt ja tatsächlich das array xs das ist danach an der stelle sortiert ok an der stelle meint in dem fokus bereich zwischen lower und upper genau in diesem bereich wird sich das array xs an der stelle sortiert darstellen ok was also bei der binären suche noch pre condition war mensch ich kann in dem array für dich suchen das muss aber vorher irgendwie sortiert worden sein ist jetzt in diesem algorithmus in dem sortier algorithmus natürlicherweise die post condition wir könnten märz also als pre prozessor benutzen als funktion benutzen die zuerst über ein array arbeitet eine sortierte element reihenfolge herstellt innerhalb dieser sortierten element reihenfolge könnten uns dann sehr schnell mit binärer suche und wir bewegen und in dem array navigieren okay also is sorted gilt als post condition hier bitte noch mal hier drauf achten an der stelle steht irgendwie is sorted xs das heißt das array xs selber wurde sortiert xs ist unser input xs ist in gewisser weise auch unser output wir haben wir werden einen seiten effekt auf das array xs ausüben und die entsprechenden element position an der stelle tauschen was hier jetzt gerade highlight steht ist xs selbst und nicht backslash result okay hier wird kein neues resultat aufgebaut sondern die sortierung wird in xs selber hergestellt okay damit es so ein wichtiger punkt ist habe ich das hier entsprechend auch gleich noch mal markiert ich hoffe damit wird der punkt über nach hause gefahren alles klar okay ja es gibt zurzeit noch keinen code für merge sort wie wir sehen wollen aber wir werden jetzt hier im video 26 das ist das video hier bauen und im video 27 vervollständigen ihr findet das ganze dann im fall wird dort 10 0 ok soviel zu slides jetzt rüber in den editor da sind wir ok das ist das merge sort dort 10 0 feil und wie wir schon befürchtet haben ja hier das ist ziemlich empty dort wo der merge sort steht ist zurzeit alles leer wir werden das gleich an der stelle auffüllen ok sauber drumherum gibt es schon einen rahmen 10 0 programm das ist nachher erlauben wird wird schon tatsächlich zum fliegen und zum testen zu bringen zu dem zeitpunkt wird das wahrscheinlich noch nicht funktionieren aber später dann okay wir werden uns zum beispiel ein array wie besorgen ein array xs der länge 12 länge 12 das war genau das sample array das wir im letzten video schon öfter auf den slides gesehen haben genau dieses array baue ich mir an der stelle nach in der entsprechenden länge mit 12 integers welche 12 integers sollen es sein ja 6 4 8 und so weiter bis hinten 297 das sind genau die die elemente aus dem unsortierten array xs dass ihr von den slides kennt ok hier seht ihr auch die typische art und weise wie man so ein array zu initialisieren hat also mit statischen werten vorzubeladen an array dazu gibt es leider keine static initializer syntax wie sie in anderen dialekten von segit im 10 0 habe ich die entsprechenden werte statisch an ihren index positionen abzuladen ok alles klar ja dann ist alles vorbereitet und ich kann tatsächlich den märz sort auf mein er exs loslassen zwischen den grenzen 0 und 11 12 minus 1 12 die länge des arrays zwischen 0 und 12 11 wird der fokus liegen für meine sortierung und ich erwarte dass ich nachher tatsächlich alle index alle index elemente zwischen indizes 0 und 11 auch tatsächlich in sortierter reihenfolge wie eingefunden haben geändert haben ok ihr seht keine zuweisung an irgendein sortiertes array xs führt seinen job führt seinen job tatsächlich in situ innerhalb auf xs aus und ja das sortierte xs werde ich mir später dann hier auch ausgeben ok hier oben habe ich mich in der post condition noch auf ist sort bezogen eine ist sorte funktion oder ein prädikat hat mir schon in den letzten videos besprochen ihr seht hier oben hier gibt überhaupt nichts neues das ist business as usual so wie wir schon kennen ok ja dann bleibt uns an der stelle tatsächlich nur hier jetzt dort wo der cursor blinkt aufzufüllen und den body von märz so zu implementieren was mich an der stelle das mir an der stelle ganz besonders wichtig ist dass märz hat tatsächlich in die gute position kommen könnte dass das sortierproblem das uns gegeben wird vielleicht durch rekursion gegeben wird das selber die riko sehen geben dass das sortierproblem schon so einfach ist dass wir ohne weiteres sorting und dividing und splitting durch merging durch merging und so weiter dass wir ohne diese gesamte arbeit tatsächlich hier unseren job schon verrichtet haben ok wir könnten sofort zu unserem aufrufer zurückkehren und sagen alles ist gut so wie es ist ok also entweder hat das array 0 oder 1 elemente ok und wie wir im letzten video besprochen haben kann ich das sehr einfach an diesen grenzen an diesen index grenzen lower und upper ablesen wenn sich lower und upper nicht mehr als um den wert 1 unterscheiden dann ist das array tatsächlich entweder 0 oder 1 elemente groß und genau das werde ich hier an der stelle gleich als abfrage und wir einbauen also sollte sich upper minus lower sollte das sich tatsächlich um weniger als 1 oder vielleicht auch um 1 unterscheiden dann weiß ich mein entsprechender job ist schon getan es gibt nichts weiter zu sortieren ein leeres oder ein elementes array ist bereits sortiert dann kann ich hier sofort ohne weitere arbeit zu leisten zurückkehren ganz hervorragend alles da upper minus lower die precondition gibt es uns hier an der stelle vor das ist auf jeden fall einen wert der nicht negativ sein wird das ist ein positiver wert wie wir es hier an der stelle wie auch schon ablesen können ok alles klar gut das war das wenn wir uns hier an der stelle befinden in zeile 25 dann hat leider dieser positive falls dann leider nicht eingetreten tatsächlich hat das array eine nicht triviale größe zwischen den indizes lower und upper minus 1 befinden sich mindestens zwei elemente wir müssen tatsächlich sortierarbeit leisten ok ja wie geht mir schon vor ja in dem teil array dem teil problem das man uns gestellt hat wenn ich den mittelpunkt feststellen den sogenannten mit index wie wir ihn genannt hatten auf den folien in dem letzten kapitel ok ja aus meinem entsprechenden erkenntnissen in der diskussion von der binären suche weiß ich wie man auf clevere art und weise den mittleren index zwischen upper und lower wie darstellen feststellen kann ohne dass wir in gefahr laufen tatsächlich einen arithmetischen überlauf zu erleiden ich werde hier upper minus lower berechnen ganz hervorragend und das durch zwei teilen das ist tatsächlich die die entsprechende halbe länge des entspricht des teil arrays das man uns an der stelle gegeben hat ja wenn ich das hier auf lower addiere dann ist das tatsächlich genau der index der index in der array mitte meines entsprechenden meines entsprechenden teilproblems meines teil arrays das bei mir gegeben hat weil ich in division durch zwei durchführen die integer division durchführen sollte tatsächlich der wert upper minus lower hier an der stelle ungerade sein wie wir es im letzten video besprochen haben dann wird die division durch zwei ja tatsächlich den entsprechenden nachkommanteil den 0,5 nachkommanteil irgendwie verwerfen und ihr werdet sehen dass die entsprechende mitte die ich berechne der integer index mit so ein bisschen nach links verschoben sein wird im fall eine ungeraden länge ich sehe gerade ich berechnen integer mit habe ich auch noch gar nicht deklariert das werde ich hier an der stelle gleich nachholen ok das wäre meine r mitte ok ja vielleicht wird hier tatsächlich video und dog food und auch entsprechende kommentare hinterlassen also also ein teil array auf lenkt 01 ist already sorted glück gehabt ok nothing to do das wäre ein entsprechender hinweis den ich an der stelle verlassen hinterlassen würde ok wir haben zum mit gleich noch ein bisschen mehr zu sagen der entsprechende kommentar dazu dem werde ich gleich noch ergänzen ja alles klar weil wir in einem easy die weit part kreuzme sind war das eigentlich schon war das eigentlich schon die ganze die weit arbeit die wir an der stelle zu leisten haben nämlich einfach nur die mitte des entsprechenden teilproblems des teil arrays das muss gegeben wurde feststellen und uns jetzt rekursiv auf der jeweils der linken und der rechten teilhälfte unseres problems irgendwie aufzurufen also wirklich in der divide phase da wird von uns eigentlich nicht viel mehr verlangt als tatsächlich festzustellen wo denn das problem an der stelle zu zerteilen wäre ok ich weiß jetzt meine entsprechenden zu der tier den teilprobleme die gehen vom index lower bild mit minus 1 und vom index mit bis upper minus 1 ok diese beiden teile probleme habe ich erst mal rekursiv zu sortieren ok und ja ein rekursiver aufruf in so einer funktion führt dazu dass ich hier in der definition einer funktion f oder word sort wie sie in diesem fall heißt tatsächlich hier an der stelle mich selber aufrufen werde rekursiv aufrufen werde ok wie gesagt noch mal der hinweis an die die kommilitonen da draußen die uns jetzt im sommersemester wie neu neu hinzugekommen sind das mag erst strange erscheinen hier an der stelle sehr komisch zu erscheinen aber zu dem zeitpunkt zu dem zeitpunkt an dem wir tatsächlich dieses programm hier zum laufen lassen werden ok wird die jetzt noch inkomplette funktionen wird sort natürlich komplett sein wenn ich mich also jetzt hier selber auf dort beziehe und das sogar zweimal machen werde kann ich euch gleich versprechen dann werde ich hier an der stelle tatsächlich die implementation einer kompletten word sort funktion aufrufen eine funktion die die fähigkeit hat ein array zu sortieren zwischen den fokus grenzen lower und upper und genau das werde ich an der stelle wie aus nutzen hier hier werde ich die linke array hälfte sortieren ok die linke hälfte die finde ich in den elementen des arrays xs selber in sito sortierung in den elementen des xs selber die linke hälfte geht von lower bis mit ok und ihr wisst das bedeutet der fokus liegt auf den elementen lower bis mit minus 1 die rechte hälfte die elementen der rechte hälfte finden sich ebenfalls in dem array xs die finde ich zwischen mild und upper genau dort lebt die rechte hälfte und ich darf mich darauf verlassen wenn märz sort tatsächlich sein job hier an der stelle getan hat dann hat sich haben sich die elemente in dem array xs tatsächlich in ihren index positionen vertauscht in den index positionen zwischen low und mid und haben tatsächlich nur sortierte reihenfolge angenommen ok das hier ist also tatsächlich der ort der rekursion kommen wir spedieren mal or caps hier an der stelle das ist die wichtige stelle an der wir rekursion eher sort the left and right oder lower and upper könnte man auch halves dort left and right halves of xs genau das findet hier an der stelle statt ok wenn ich mich also hier jetzt in zeile 34 befinde weiß ich ich habe zwei sortierte teil er ist vor mir weil märz dort seinen job für mich getan hat ok ja das ist eine ungeheuer gute situation weil ich mir eine routine bauen werde eine routine märz bauen werde die die fähigkeit hat zwei schon bereits sortiert teil er ist zu einem größeren gesamt sortierten array zusammen zu mischen ok und ja dank der vorbereitenden arbeit die wird dort hier an der stelle getan hat ist dieser job des missions selber etwas was nicht allzu komplex sein wird ok das werden wir im nächsten video wenn wir besprechen war alles klar also ich werde einen märz machen der zwei teil er ist behandelt die elemente der teil er ist finde ich jeweils in dem array xs selber das erste teil array wird zwischen lower und mild und das andere zwischen mild und upper legen ok das ist die gesamte information die die merge routine brauchen wird um die beiden teil er ist die gemischt werden sollen zu erkennen ok das eine wird von lower bis mild und das andere von mild bis aber gehen und das ist die gesamte information die ich hier als parameter zu übergeben habe leider gibt es diese merge routine an der stelle noch nicht es ist reines wunschdenken an der stelle sich auf dieses merge hier zu verlassen darum werde ich das hier an der stelle auch mal markieren das ist wishful thinking merge the two sorted halves ok na so ok ja das ist zu diesem zeitpunkt sehr sehr angenehm sich diese merge routine zu wünschen wir werden später wir werden später wie ich jetzt schon diesen videos öfter gesagt habe butter bei die fische geben müssen und die merge routine tatsächlich implementieren müssen welche logik sich hinter merge tatsächlich befindet wie intrikült die details sind innerhalb von mergers interessiert mich zu diesem zeitpunkt nicht ich vertraue einfach auf unsere fähigkeit zu einem späteren zeitpunkt zum beispiel video 27 diese entsprechende merge routine nachzuliefern ok und ja der cursor blinkt hier gerade so in zeile 36 codier doch weiter hier an der stelle meine antwort darauf ist gibt nichts weiter zu kodieren diese zeile 36 kann gleich mal löschen die der merge aufruf hier an der stelle das ist tatsächlich der letzte aufruf den ich machen muss um tatsächlich meine merge logik hier meine merge sort logik entschuldigung tatsächlich vollständig zu implementieren genauso wie diese anderen routinen auch wird auch die merge routine das gemischte ergebnis die beiden zusammenmischung der beiden teil er ist innerhalb des rs xs selber darstellen ok und damit ist hier das rx selber xs selber nachher die darstellung des inputs und gleichzeitig auch des outputs ok und damit gibt es hier an der stelle nichts weiter zu tun ich brauche vor allem keine entsprechende return klausel hier an der stelle es gibt nämlich keinen wert den ich noch irgendwie zurückzugeben habe und so weiter das war's ok sehr gut dann würde ich unsere teilweise etwas informellen beobachtungen die wir bisher gemacht haben ja die ich einfach hier so nebenbei habe fallen lassen als wir diesen den den code der merge so zu den hier aufgeschrieben haben die würde ich jetzt gerne noch ein bisschen genauer fassen und würde sie tatsächlich entweder in kommentaren oder vielleicht sogar in formalen assertions hier in dem code hinterlassen einfach um zu dokumentieren was wir uns hier an der stelle gedacht haben aber um auch uns selber auf die finger zu klopfen während der laufzeit unserer merge routine später wenn wir sie mit dem dynamic checks schalter minus d laufen lassen dass wenn unsere annahmen mal nicht stimmen sollten dass man uns ordentlich auf die finger haut ok das ist nämlich ein warnsignal dass wir unter unter voraussetzungen und unter conditions programmiert haben die unter umständen überhaupt gar nicht gelten dann dann würde es bedeuten wir sollten einen sehr sehr genauen blick auf unseren code werfen ok hier oben würde ich gerne noch was zu mit und lower und upper sagen ok der abstand zwischen lower und upper wie wir hier nach dieser abfrage wissen der ist mindestens zwei sollte der abstand eins oder null sein ja dann würden wir hier tatsächlich an der stelle schon die routine merge sort verlassen das ist ein return ohne jeden weiteren parameter der macht in einer volt funktion durchaus sinn wir werden hier tatsächlich die funktion verlassen es gibt keinen entsprechenden wert dem wir zurückzugeben hätten wir sind eine volt funktion tatsächlich ist der programm lauf 4 wenn aber minus lower kleiner leicht 1 sein sollte für diesen merge sort aufruf an der stelle beendet ok wenn wir uns also hier an der stelle befinden meinetwegen in zeile 28 dann weiß ich der entsprechende unterschied zwischen lower und upper der ist mindestens zwei dass wir festhalten die distance between lower and upper die ist mindestens zwei ok wenn ich also wenn ich also hier die differenz upper minus lower berechnet dann ist die mindestens zwei wenn ich das durch zwei teile dann ist diese entsprechende differenz mindestens gleich eins das kann überhaupt gar nicht anders sein das ist eine extra echte folgerung aus dem was wir da oben geschrieben haben darum kann ich mir diesen folgungsfeil falls in ascii symbolen wie können das ist auf jeden fall eine beobachtung und die auf jeden fall gilt ok wenn ich mir dann hier diese entsprechende diese entsprechende berechnung auf anschaue wenn dieser wert hier tatsächlich größer gleich eins ist dann gilt es auch tatsächlich dass mit das mit tatsächlich echt größer als lower ist und das mit tatsächlich echt kleiner als upper ist ok also was tatsächlich gelten wird ist wie sowas hier lower ist tatsächlich echt kleiner als mit und mit tatsächlich echt kleiner als upper an der stelle ok es kann also nicht sein dass mit wie gleich lower sein könnte oder mit könnte wie gleich aber sein kleiner gleich gilt hier nicht das sind tatsächlich tatsächlich durch diese entsprechende beobachtung wir gemacht haben können wir daraus folgern dass mit tatsächlich wirklich einen neuen index zwischen lower und upper an der stelle wie beschreibt okay mit anderen worten keines keines der beiden teil arrays die wir unten wie in den fokus nehmen werden die werden tatsächlich irgendwie null elemente beinhalten okay also lower ist tatsächlich echt kleiner als mit 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 ist tatsächlich echt kleiner als upper hier und hier herrscht niemals gleichheit die entsprechenden teil probleme die wir uns an der stelle stellen die werden niemals leer sein okay damit ist auch ganz klar dass der fall lower gleich upper hier uns eine stelle niemals in der rekursion erwischen kann er wird uns nur erwischen wenn gleich beim allerersten aufruf von merge sort das array xs sowieso schon leer war oder die grenzen low und upper identisch waren und wir uns sowieso ein leeres teil problem gegriffen haben okay durch rekursion durch das generieren von kleineren teil problem wenn wir uns an der stelle niemals null elemente keines einhandeln vielleicht ein elemente keines und die werden wir hier oben erkennen beim nächsten aufruf aber niemals null elemente keines okay ganz hervorragend das würde ich gerne an der stelle mit festhalten also das hier ist doch eine beobachtung die die wir so informell in einen kommentar gefasst haben und ihr wisst inzwischen wie wir das aber auch in seine formale assertion wie gießen könnten ja also hier meine beobachtung das lower und upper tatsächlich einen abstand haben der größer ist als zwei oder die division dann größer ist als größer gleich ist als 1 die könnte ich hier in diesem entsprechenden assert tatsächlich irgendwie festhalten das wäre mir sehr wichtig okay und was ich dann weiß wenn ich dann erst mal meinen mit index berechnet habe dann weiß ich dass die beiden teil er ist die dortiert werden die werden tatsächlich nicht leer sein ich weiß dass lower wird auf jeden fall kleiner echt kleiner als mit sein und mit wird echt kleiner als aber sein und dass diese konjunktion die drückt das irgendwie formal aus und wir werden uns tatsächlich jetzt darauf verlassen können dass in rekursiven aufrufen hier niemals leere er sortiert werden und wir können uns wahrscheinlich nein wir können sehr sicher darauf verlassen dass auch merge niemals damit belastet werden muss wie leere teil er ist und die miteinander zu mischen okay das weiß ich an der stelle auf jeden fall so okay dann noch zwei entschuldigung zeit für ein dann ist eine beobachtung hier in der zeile 40 eine beobachtung in der zeile 40 die eigentlich eine direkte konsequenz ist eine direkte konsequenz aus der post condition aus der post condition von merge sort die post condition von merge sort die werden auf einmal innerhalb von merge sort sehr sehr interessant weil wir eine rekursive routine geschrieben haben okay wenn merge sort zurückkehrt hat der aufrufe die zusicherung dass sich zwischen den indizes lower und upper tatsächlich ein sortiertes array eingefunden hat der aufrufe von merge sort bin aber ich selbst hier an der stelle okay sogar zweimal ich habe hier an der stelle die zusicherung hier in zeile 40 habe ich die zusicherung dass ich tatsächlich lower und mit in diesem teil er hat sich ein sortiertes teil array und zwischen mit und upper ein sortiertes teil array eingefunden hat ich profitiere also von meinen eigenen post conditions hier das ist eine direkte konsequenz also meinen eigenen post conditions ok und diese direkte konsequenz könnte ich natürlich hier auch in code gießen ich weiß xs ist jetzt sortiert und zwar zwischen lower und mild und zwischen mid und upper okay alles da und tatsächlich darf sich merge darauf verlassen merge darf sich darauf verlassen dass die beiden teil arrays die hier durch diese beiden grenzen durch diese beiden grenzen an der stelle beschrieben werden dass sie tatsächlich sortiert sind natürlich werde ich in merge eine entsprechende precondition sozusagen formulieren aber diese precondition wird kein wishful thinking sein tatsächlich haben die rekursiven aufrufe von merge sort an der stelle diese zusicherung für uns hergestellt okay nochmal darauf achten dass hier ist noch keine zusicherung über die sortierung des gesamten arrays von lower und upper von lower bis upper das ist die zusicherung über die sortierung in zwei teil arrays das ist eine schwächere zusicherung als die zusicherung dass das gesamte array sortiert ist wie unsere gesamte post condition hier nachher aber ja darum kommt es ja direkt zu merge darum muss job merge seinen job noch tun so dass wir tatsächlich ein gesamtes vorliegendes area an der stelle wie sortiertes area an der stelle vorliegen haben ich denke das war es erstmal an der stelle der code für merge sort ist wirklich bereits komplett und wir sehen tatsächlich easy easy divide das war es eigentlich schon mit dem divide und ein etwas härterer härterer conquer rekursive aufrufe noch die merge arbeit die wir im nächsten video besprechen werden da passiert ein bisschen mehr ok ja soviel dazu da lasst uns hier an der stelle der deckel drauf machen merge sort ist komplett wenn das wishful thinking nicht wäre den entsprechenden wunsch werden wir im video 27 nachliefern und erfüllen bis dahin haut rein ciao